Wir widmen uns jetzt den etwas anspruchsvolleren Thema der quadratischen Gleichung. Und zwar sucht man für eine Gleichung x, in der ein x² vorkommt, eine Lösung. So eine Lösung kann es geben, muss es aber nicht geben. Ich gebe dir eine Lösungsformel, die sogenannte pq-Formel, wer das schon mal gehört hat, die man direkt zum Lösen nutzen kann, das ist diese hier. Und zwar nimmt man das p, setzt es hier ein und das q und setzt es hier hinten ein und das andere ist fest und kriegt dann gegebenenfalls keine eine oder zwei Lösungen. Eine Lösung ergibt sich, wenn der Wurzelausdruck 0 ist, denn die Wurzel aus 0 ist 0. Und irgendeine Zahl plus minus 0 ist immer nur die eine Zahl. Dann hat man eine sogenannte doppelte Nullstelle. Denn sowohl x1 ist diese Zahl minus p halbe, als auch x2 ist minus p halbe. Es kann aber sein, dass hier hinten der Ausdruck, wenn wir ja q abziehen, negativ wird. Dann gibt es in der Menge der reellen Zahlen keine Lösung dieses Ausdrucks. Ist es eine normale positive Zahl, haben wir zwei Lösungen. Diese zwei Lösungen sind die Nullstellen, weil wir ja hier gleich 0 geschrieben haben, der sogenannten quadratischen Funktion, wenn man es als Funktion auffasst. Und man kann es dann auch in so einer sogenannten Linearkombination oder Zerlegung in Linearfaktoren schreiben. Ich weiß nicht, kleine Randbemerkung, wenn man eine quadratische Gleichung aufmalt, das haben Sie vielleicht noch im Kopf, dann sind das häufig so nach oben oder unten geöffnete, mehr oder weniger hübsche Parabeln nennt man die. Und dieses ist der Fall mit zwei Nullstellen. Verschieben wir das jetzt ein Stück nach oben. Dann haben wir keine Nullwerte. Schieben wir das nach unten oder kippen das vielleicht mal nach unten, kommen hiergegen, haben wir vielleicht nur eine. Also Sie sehen, je nachdem, es kann alles Mögliche geben. Mit dieser Formel kann man nicht nur quadratische Gleichungen lösen. Dann hat man Funktionen der Art, zum Beispiel z hoch 4 plus p z Quadrat plus q gleich 0 zu lösen. Dann hat man eine sogenannte biquadratische Gleichung. Und diese biquadratische Gleichung löst man durch die Substitution z Quadrat ist gleich x. Dann löst man x Quadrat plus p x plus q gleich 0, wie man das kennt, muss aber hinterher noch eine Resubstitution durchführen. Und zwar muss man natürlich auch wieder z herausbekommen. Und zwar indem man die Wurzeln zieht aus den beiden, oder aus den Stellen x1, x2, die man vielleicht ausgerechnet hat. Also das ist dann ein ganz klein wenig aufwendiger, kommt nicht oft vor, aber manchmal ist es sehr nützlich. Bei den Übungsaufgaben ist auch eine Aufgabe der Art dabei. So, dann wollen wir mal zu den Aufgaben kommen.